Heute versuche ich jetzt für einen möglichst geringen Betrag ein ganzes Outfit zusammen zu stellen. Und jetzt, da das billig sein soll, sind wir nach Primark gegangen. Gucken wir schon mal, 2,50€ ein T-Shirt. Riecht auch wie 2,50€. Schauen wir weiter. Guck mal hier, Off-Wide. Hey, was ist denn? Guck mal, das ist erst mal so eine Warde hoch. Auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal eine Kurzhose von Sommersauce, 5€. Riecht auch wie 5€. Auf jeden Fall nice. So, jetzt müssen wir ein T-Shirt suchen. Digga. 1,10€. 1,10€ einfach. Krass. Punkt, klar. Nicht falsch. Geld. Wie ist es das? 1,10€, ey. Kriegst niemand einen Cheeseburger? Krass. XL. XS. XS. Du musst gucken, dass sie doch richtig fruchtig aus sein kann. Fruchtig. Ja, so. Auf jeden Fall brauchen wir jetzt noch Flip Flops. Ohne Spaß, die Farbe ist gut. Und vor allem von dem T-Shirt auch. Jetzt brauchen wir noch was. Englisch Schuhe oder so. Kühlschuhe. Hier. Ja. Ganz Oldschool. 13€, ey. Komm nicht klar, aber hässlich. Das kostet mich denn auch 13€. Ne, Mann. Das ist nix, ey. Na, weißt du, sie nehmen die einfach 13€. Warte. Socken. 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 Entschuldigung, äh, wo sind Socken? Guck mal hier. Das ist so nett. 3€ 5 Stück, Alter. Das ist doch gut hier. Nehmen wir... 43€ bis 46€. Hier. 40€ bis 42€. 30€. Naja, aber es passt. Ja, gut. So, jetzt haben wir es. So. Auf jeden Fall. Da habe ich jetzt hier die Tüte. Ich habe leider nicht ganz 20€ ausgegeben, aber 22€ zählen. Also was macht das? So. Hier einmal die Schuhe. Diese Low Budget Vans Oldschool. Und ja, die haben 13€ gekostet, aber irgendwie war die Auswahl sehr komisch. Die hatten nur, äh, 41€, 44€ und, was weiß ich was die hatten, 46€ oder so. Und ja, so sehen die aus. Ähm, dann, äh, für schlappe 1,10€ dieses T-Shirt. Das ist echt krass. Von 2,50€ runtergesetzt. Ähm, dann für, was habe ich hier für gezeigt? 5€ diese Badehose. Ich meine, das passt jetzt nicht gut zusammen, aber ich fand die beiden Farben ganz gut und die anderen Farben fehlen mir nicht. Und dann für 3€ 5 Paar Socken, Alter. Und ja, wie das jetzt aussieht, das zeige ich euch jetzt. Und so sieht das Ganze aus hier mit den Schuhen. Ähm, ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet. So. So. Das T-Shirt. Ein bisschen Farben, worüber geht. Und ja. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen und ciao. So. 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 So.